Hallo, willkommen bei Leontal. Kater hat mir mal wieder den Stuhl weggenommen. Ne, Kater? Ne, alles gut? Mir geht's gut, alles klar. Kater muss man Bauch krabbeln, Hilfsessens. Heute das Thema. Ich habe ein Familiengrab gebaut. Ein ungewöhnliches Familiengrab. Außerdem habe ich ein bisschen eine Straße gebaut und ich zeige noch ein paar Produkte, die mir gefallen, die ich mir zugelegt habe. Viel Spaß. Beim letzten Mal gab es von einigen einen sehr guten Hinweis. Die Idee war, die Straße hier weiterzuführen. Ich hatte nur keine Lust, das mit Asphalt weiterzumachen. Dann kam von Dirk der rettende Einfall. Dirk, vielen Dank dafür. Wirklich klasse. Ganz einfach hier Kopfstein und hier dieser Bereich wurde halt neu gemacht. Erst hatte ich das nur bis hierhin verlegt. Das ist natürlich Schwachsinn. Und hier einfach das hier so ein bisschen erweitert. So finde ich ist das stimmig und wirkt gut. Und wenn wir mal rüber schwenken, da sieht man jetzt den Schuppen, da wie er so steht. Ich nehme das mal kurz ab. Es ist alles noch. Ich habe jetzt so ein paar Ölfässer da und ein Reifen und dann ein Rad meine ich. Und dann habe ich das hier noch gebaut. Das ist aus, das sind so Metallteile und dann habe ich eine Folie drüber. Das Ganze, die Folie, die ist, also es ist nichts Besonderes. Das ist irgendwie so ein Kram halt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es ein bisschen zu groß für eine Schuppen. Aber ich finde es ganz schön. Das ist gemacht worden mit einer Lage. Taschentuch und dann mit Holz-Wasser-Gemisch. Und danach bemalen. Aber danach erst. Das ist ganz wichtig. Also nicht mit dem Farb-Näh-Blödsinn. Leim-Wasser-Gemisch. Schon Farbe dazu packen. Sondern danach bemalen. Und das ist dann auch sehr fest. Und das ist ganz wunderbar. Also das geht prima. Vielleicht tue ich was anderes rein. Egal. Aber ich finde das so ganz stimmig. Muss ich sagen. Viel Grün dazwischen. Ach ja. Und da habe ich auch weiter gebaut. Ja, na sowas. Das zeige ich dir erst beim nächsten Mal. Das ist noch lange nicht fertig. Hände weg. Ich meine Finger weg. Ich meine, ich meine, ich meine Augen weg. Das habe ich Neues. Da von Marco Bergs sind noch ein paar Sachen gekommen. Ein paar Tiere. Lässi. Deutsche Dogge. Schäferhund. Rottweiler. Schnauzer. Schäferhund. Pudel. Und ein kleiner Dackel. Und ein Waschbär. Den habe ich schon bemalt. Da ist er. Ist der nicht süß? Der ist ja wohl der absolute Hammer. Tiere bemalen. Was ganz Neues. Habe ich noch nie gemacht. Aber macht sehr viel Spaß sich da rein zu denken. Da gibt es noch hier auch von Marco Bergs diverse Vögel. Und das hier sind Zapfen. Keine Ahnung ob Tanne oder Fichte oder was auch immer. Ist mir auch egal. Zapfen. Die Seitenwände kann man abtrennen. Abmachen. Und dann kann man das Ganze so bemalen. Bin ich auch sehr gespannt. Kleine Tiere aus der Sicht. Der Hammer. So und dann wollte ich euch noch was zeigen, was ich mir gekauft habe. Ich habe wirklich seit Monaten um dieses Gerät mich herum gedrückt. Und habe gedacht, soll ich, soll ich nicht. Weil es ist teuer. Es kostet glaube ich 120, 130 Euro. Es ist ein Rüttler Schüttler für Farben. Ich habe die Dinger gesehen bei meinem Tattoo Studio. Die Jungs schwören drauf. Ich habe es in Aktionen gesehen. Es ist einfach genial. Es gibt sie auch günstiger. Aber das hier ist von Vortex. Und Vortex ist glaube ich ein Markenname. Das Ding wiegt ein Kilo. Es ist richtig geil. Halt mal die Klappe hier. Und wenn man das so abmacht, wenn man das so abmacht, dann sieht man, wie das funktioniert. Ganz einfach. So und euch, um euch das mal zu zeigen. Also ich habe mir überlegt, ich sitze, also wenn ich hier bemale, ich habe hier oben irgendwie, keine Ahnung wie viel, 50, 100 verschiedene Farben, keine Ahnung. Und dann jedes Mal dieses ewige hin und her schütteln, dazu habe ich keinen Bock. Und wie das funktioniert, das will ich euch mal zeigen. Denn die Farbe wird nicht geschüttelt, sondern wird tatsächlich innen drin gerührt. Ich hoffe, das kann man jetzt hier so erkennen. Ich packe das mal ein bisschen so hin. Achtet mal oben drauf. Kann man sehen. Und das geht halt bei den auch so rum. Zack, fertig. Und einmal durch. Das ist wirklich absolut genial. Man kann, ich verwende das natürlich für alle Sachen, also auch für ganz normalen, keine Ahnung, hier sowas hier. Das X bedeutet übrigens, ich habe, es gibt ja, es wird ja verkauft, irgendwie so Mischkugeln aus Edelstahl. Das halte ich für, ist okay, aber ich packe hier einfach eine kleine Edelstahlmutter rein. Und jedes Mal bei einer Farbe, wenn ich das gemacht habe, kommt dann extra weiß ich, ist es drin. Irgendwie so ein Sack Muttern kostet nicht viel. Man kann auch größere Gefäße benutzen, wobei das ein bisschen schwieriger ist. Was geht? Das ist eigentlich für Reagenzgläser, glaube ich, gedacht. Es ist aber, also es ist genial. Es ist bei Tattoo Studios, Nail Art, die verwenden das natürlich auch. Ich finde es geil. Für mich ist es das Geld wert, aber es ist viel Geld. 130 Euro ist eine Ansage. Und da wir beim Thema Bemalen sind, die beiden Herren, habe ich im Internet bei Ebay erstanden. Ich hoffe, das ist so zu erkennen. Das sind natürlich Arthur und Thomas Schaubi. Bei Order of the Peaky Fucking Blinders. Wer die Serie nicht kennt, dermaßen genial. Die Figuren sind fantastisch. Die muss ich einfach haben. Ich weiß auch schon, wie und wo ich sie einsetze. Das dauert aber noch. Dann habe ich noch einen Joker gekauft. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich weiß es nicht. Aber mir hat es halt unheimlich Spaß gemacht, den zu bemalen. Kracher. Stehe ich irgendwo auf der Fabrik oder sonst wie. Mir doch egal. Michelin-Männchen. Und dann noch so ein paar andere Sachen. Aber die Peaky Blinders. Geil. So, das war es aber auch. Das ist alles, was ich gemacht habe hier. Schluss jetzt. Nichts mehr. Keine Produkte mehr. Kein gar nichts mehr. Vortext ist übrigens, was ich ständig machen muss, wenn ich hier sitze. Ich weiß auch nicht, wieso. Macht aber voll Laune. Warum überhaupt ein Grab? Fangen wir mal damit an. Hier, ich glaube, das sieht man gerade soeben. Hier kommt ein kleiner Friedhof hin. Also zwischen Straße und diesem Bereich hier. Friedhof und eine kleine Kapelle. Weil meine Eltern sind schon lange tot und beide wurden auf See begraben. Und das haben beide so gewünscht. Und das haben wir natürlich respektiert. Das Unangenehme. Was damit einhergeht, ist die Tatsache, dass ich keinen Platz habe, an dem ich einfach mich mal mit meinen Eltern unterhalten könnte. Meinem Vater ein bisschen was erzählen, meiner Mama ein bisschen was erzählen. Also habe ich gedacht, baue ich hier einen kleinen Friedhof hin und dann mache ich mir zwei Gräber für meine beiden Eltern. Finde ich eigentlich schon eine Idee. Außerdem, Friedhof kann man sich natürlich modellbautechnisch austun. So, und dann habe ich das erste Grab gebaut, was mit meiner Familie gar nichts zu tun hat, sondern ich hatte da eine Idee. Eine Idee für ein Grab. Und die zeige ich euch jetzt. Da haben wir das Grab. Grabstein, Grabsteinplatte und ein Kreuz. Und hier ist eine kleine, wie nennt sich das, eine Kerzenleuchte. Da ist auch eine. Und hier sind ein paar Blumen. Schönes Grab, ne? Das ist das Grab der Familie Romero. Das ist der Vater. Arthur Romero. Irgendwann im letzten Jahrhundert oder wann auch immer. Ich weiße hier. Nach Deutschland eingewandert. Keine Ahnung wieso. Und hat dann Irmgard geheiratet. Irmgard Romero, glaube ich. Weißt du? Wir sind gestorben. Und es gab einen Sohn und der hieß Georg Romero. Und der ist ganz jung gestorben. Ganz offensichtlich. Denn 1916, 1899 bis 1916. Jung gestorben. Aber ist er überhaupt gestorben? Irgendwie ist dieses Grab seltsam, oder? Erstmal ist da ein Drudenfuß. Was hat da ein Drudenfuß zu suchen? Weiß man das? Keine Ahnung. Und dann diese hier. Die Platte. Die ist irgendwie mit... Ist die verschraubt? Oder was ist das? Ich glaube, wir sollten uns das nochmal aus der Nähe angucken. Oder was ist das für die petit. Das war eine dritte Elemente. Dann bl Columbia. Untertitelung des ZDF, 2020 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 damit es noch ein bisschen seltsamer aussieht. Vielleicht fällt mir noch irgendwie was ein. Ich habe keine Ahnung. Als Figur nehme ich diesen Heini hier. Den habe ich bei Ebay erstanden. Der hat offensichtlich, der hat eine Glatze, was gut ist. Ich werde den halt als Skelett oder Untoten dann hier so offensichtlich so... Ups, müsste das eigentlich sein. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wie verbinde ich dann diesen hier mit dem Grabstein? Verbinde ich ihn überhaupt? Ich könnte auch einen dickeren Grabstein nehmen und ihn aushüllen. Weiß ich alles noch nicht. Und den fest da rein machen, aber das sieht dann nicht so cool aus. Weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Das ist klar. Das wird noch was geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's. Ja, ich bin nicht unbedingt der Hardcore-Betriebs-Spawner, glaube ich. Oder? Ich glaube nicht. Aber jeder, wie er mag. Und mir macht so'n Scheiß halt Spaß. Also es stört keinen und ich find's großartig. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann beim nächsten Mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, ach, mal schauen. Mir fällt schon was an. Bis dahin. Tschüss.